er macht es einfach so ok passt dann habe ich hier schön weiß ich nicht was haben wir denn da schönes keine ahnung so gefällt mir wird schon cool unser kleines haus hier und jetzt bitte weiter wo ist die normale wand wieder so was ist von keinem ich muss mechaniker einstellen mach ich jetzt gleich natürlich ok mechaniker 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 die gibt es hier so alles klar dann halt ich muss ja hier hin haha bestern statt wende da schnappen wir uns noch mal die ne machen wir schon hier doppelfenster mal schon mal ein paar fenster hier rein und dann die normale wand hier ist ein bisschen fail so ok jetzt haben wir es gleich geschafft unser schönes gebäude jetzt müssen wir noch ein dach drauf klatschen machen wir am besten so wieso kann ich das hier nicht soll ein witz sein ich kann es nicht höher bauen muss ich wohl ein flaches dach draufhauen irgendwie haha es ist nervig jetzt ist jetzt dumm hier ist jetzt echt muss ich so ein verandadach draufhauen wenn es nicht anders geht dann müssen wir es wohl so machen naja warum ist die baukranze eigentlich schon so früh finde ich nicht gut warum ich nur so wenig besuche ey dahin so und dann hauen wir ein flaches noch drauf irgendwie und ich weiß wie was wir dahin hauen da das haben wir dahin in der hoffnung dass es nicht komplett scheiße aussieht ok naja ist doch ganz in ordnung für das erste gebäude im westernstil ich würde sagen hier brauchen wir dann gar nicht mehr recht viel mehr hier hier auch nicht hier brauche ich noch ein bisschen pflanzen weil ja ich denke mal der pack wird hier schneller gehen weil ich finde einfach wüste ist wüste und da soll nicht viel stehen ganz einfach hier brauche ich jetzt hier noch so ein bisschen büsche hin vielleicht und dann war es das hier auch schon so okay dann vielleicht hier und da noch so eine kleine attraktion wenn es sich anbietet so ein kleines baditen kann ich den hier noch hinbauen yo gut so okay was mit dem hier halt wenn dann so rum noch nicht schlecht davon haben wir schon welche stehen verlosset davon bestimmt auch aber ist ja wurscht ich hole mir jetzt den weg und bauen hier weiter oder moment mal vielleicht mal einfach so tja das ist natürlich auch die idee so kann ich hier noch was schönes hinbauen nämlich das aber so und hier bauen wir jetzt eine erste achterbahn selbst hin ich habe da auch schon eine idee was für eine wir da nehmen nämlich die hier ne machen wir es schon schon in dem stil 1 2 3 4 5 was ist das ach so das reicht glaube ich erst mal hoch dann geht es hier runter ich habe die dinger noch nicht so aufgebaut deswegen verzeiht mir wenn es nix wird ich habe irgendwie das gefühl es wird auch nichts deswegen versuchen wir es nochmal neu und zwar machen wir das dann hier so hin 5 1 2 3 4 4 5 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 und jetzt runter und dann machen wir eine drehung wo es wieder nach oben gezogen wird ein bisschen zumindest und dann gibt es einen transport nach unten dann will ich noch eine drehung eigentlich haben da muss es wohl noch weiter gerade ausgehen und eine drehung ist das ziel so die testen wir es mal fahr mal mit komm solche bahn sind eigentlich echt cool jetzt geht es da hoch Hilfe dann geht es erstmal runter und in der drehung okay die kette ist unnötig eigentlich aber egal jetzt noch eine drehung und dann wieder ins ziel ja ist ja ganz nett 3 euro können wir verlangen drittes ding wagen machen wir zwei erwöhnen und dann machen wir noch musik an wie nennen wir es denn adventures haha ich bin jetzt einfach nach der musik ok als nächstes schnappen wir uns das und bauen eine anstehliche schlange für adventures so hier ertrag ein bisschen was zum mitnehmen so ok erste hilfe ist auch wichtig ok dann haben wir das geschafft hier wunderbar roto waiter nehmen wir hier also ich brauche erstmal noch so jetzt kann ich oh jetzt ist schon so weit ich habe kein geld mehr wofür gibt es da allein so was haben wir hier rein so okay die bahn passt doch da recht gut hin ehrlich zu sein mag ich den western stil irgendwie auch nicht so naja es wird halt leer aussehen es ist aber auch ein ding wo nicht viel äh ist western stil hm hier und hier kommt noch eine achterbahn hin hier kommt eine holzachterbahn dann hin und hier vielleicht eine wilde maus oder so theoretisch könnte hier auch noch was hin naja naja ich verbinde schon mal den weg so halbwegs ich mach den hier entlang damit man hier platz für die achterbahn hat und nicht am zaun entlang habe ich hier platz für die achterbahn wenn ich die hier die station hin baue irgendwie irgendwie und hier dann halt da hier könnte noch ein restaurant hin ich glaube da kommt noch ein restaurant hin das kann ich schon mal andeuten ne kann ich nicht ich gehe noch in die forschung kurz achterbahn brauche ich kinderbahn nicht aufregende fahrten wasserbahn nicht sanfte nicht transport nicht andere nicht läden schon szenerie auch wege nicht nein nein ok naja ich würde sagen das reicht dann erstmal für heute ich bin doch wieder ich sag mal danke fürs zusehen wir sehen uns kommentieren und bewerten und tschüss